Wie bekomme ich meine Krypto-Gewinne sorgenfrei von meiner Börse auf meinem Bankkonto, ohne dass Probleme entstehen? Denn wenn man in Krypto unterwegs ist, die harten Zeiten des Bärenmarktes im Verlust durchgehodelt hat, immer weiter schlau und gewinnbringend investiert hat, dann ist es irgendwann Zeit für den Payday. Es ist ja auch der Moment, worauf man als Investor lange Zeit darauf hingearbeitet hat. Nur genau dann stellt sich eben die Frage, wie bekomme ich mein Geld auf mein Bankkonto und viele wissen gar nicht, dass der Endgegner noch vor einem steht. Und dieses Thema hat wirklich Dringlichkeit, denn im Worst-Case-Szenario kann deine Bank deine Einnahmen einfrieren und bevor du nicht tausende präzise Fragen beantwortet hast, bekommst du es auch nicht zurück beziehungsweise deine Transaktion schlägt fehl. Und das kann halt einige verschiedene Gründe haben. Denn nicht jeder Börse ist deiner Bank vertrauenswürdig. Viele der Top-Börsen wie BitGuard beispielsweise haben ihren Hauptsitz nicht in der EU hier in Signapur oder aber auch Kryptobörsen wie Maxi, die ihren Sitz sogar auf den Bahamas haben. Doch hier hört es nicht auf, selbst die top-regulierten Börsen in der EU wie BitWavo mussten ihre Kontoerstellung einstellen für deutsche Kunden. Und das erschwert es ja auch nur noch, eine super Börse dafür zu finden. Ja und selbst wenn man dann eine passende Kryptobörse gefunden hat, wird sofort ein Mittelherkunftsnachweis gefordert. Und auch wenn das erstmal so real klingt, hat dies tatsächlich auch wegen dem Geldwäscheschutzgesetz eine Daseinsberechtigung. Und unvorbereitete Investoren stehen dann vor dem Problem ohne einen gültigen Mittelherkunftsnachweis, dass im Worst-Case-Szenario sogar die Bank dein Konto schließen kann. Denn die Bank ist nicht dazu verpflichtet, dich als Kunde weiter zu betreuen und kann dies einfach schließen. Doch keine Sorge, es gibt auch einen Hoffnungsschimmer. Es gibt nämlich die Möglichkeit, diesen lästigen Prozess zu umgehen und eben sich die Kopfschmerzen zu vereinfachen. Denn es gibt auch Unternehmen, die sich genau diesem Problem gewidmet haben, um eine passende Lösung zu finden. Denn selbst im besten Fall, also mit einem gültigen und präzisen Mittelherkunftsnachweis, ist es ein ewiges Hin und Her, was natürlich auch Zeit beansprucht, Nerven beansprucht. Und jeder, der diesen Prozess schon mal durchlaufen ist, der weiß, denke ich mal, wovon ich rede. Und somit erstmal herzlich willkommen zurück auf meinem Kanatecken Krypto. Freut mich, dass auch du heute wieder mit dabei bist. Ich hatte nämlich schon mal gefragt, ob ihr ein Update haben wollt, wie wir die Krypto-Gewinne auf unser Bankkonto auszahlen können ohne Probleme. Und ihr habt sehr, sehr oft danach gefragt in den Kommentaren. Und genau deswegen gibt es heute dazu auch ein dezidiertes Video. Ich würde mal sagen, das Problem sollte klar sein. Wir gehen gleich mal zur Lösung. Falls ihr mir noch was zurückgeben möchtet, lasst mir sehr, sehr gerne ein Like da. Zeigt auch gerne den Support. Auch gerne etwas Nettes in die Kommentare schreiben. Somit helft ihr es, dem Algorithmus an weitere Personen auszutragen. Und falls ihr keine weiteren solchen Videos mehr verpassen möchtet, gerne auch ein Abo da lassen. Gerne auch die Glocke aktivieren, denn es werden noch Update-Videos folgen. Und dann würde ich auch schon mal sagen, wir starten direkt rein nach dem Disclaimer. Ich denke mal, viele sollten von Swiss Money schon mal gehört haben. Es ist ähnlich wie Cointracking ein Kopfschmerzenvereinfacher. Cointracking hier in Bezug auf das Finanzamt, da habe ich auch schon einige Videos dazu erstellt und einige Playlisten veröffentlicht. Aber wie gesagt, viele vergessen, dass die Banken insbesondere ebenfalls auch nochmal Probleme machen können. Und zwar immer, sobald eine höhere Summe auf dein Bankkonto gelangt und meistens steht ja so diese 10.000 Euro Marke im Raum. Oftmals kann dies aber tatsächlich auch schon bei einem geringeren Budget anschlagen. Denn es geht am Ende darum, dass es unverhältnismäßig ist. Also, dass du eine deutlich höhere Summe auf dein Bankkonto bekommst, als es normalerweise üblich ist. Beispielsweise, du verdienst 2.100 Euro netto und bekommst diese auf dein Bankkonto. Sobald du da eine Kryptotransaktion von 9.000 Euro bekommst, dann ist das Ganze schon auffällig. Insbesondere, wie gesagt, wenn es von Kryptobörsen wie BitGate kommt oder aber auch von Maxi. Aber wie gesagt, auch selbst bei den top regulierten EU-Börsen ist es so. Denn ab dem Zeitpunkt läuten die Alarmglocken von der Bank und ein Mittelherkunftsnachweis wird gefordert. Und einige haben gedacht, hey, vielleicht kann man das System ja umgehen, indem man immer Stück für Stück 2.000 Euro überweist. Denn somit sollte das ja nicht auffällig sein. Das Problem ist aber, ja, die Masse macht das Gift, kann man so sagen. Und wenn du 5 Kryptotransaktionen überweist, die jeweils 2.000 Euro beinhalten, dann fällt das Ganze ebenfalls auf. Und das heißt, so einfach lässt sich das Ganze bei ganz normalen Börsen bzw. auch ganz normalen Bankkonten nicht umgehen. Und genau da kommt zu, ist man ein Spiel. Wir sehen es ja auch, der Slogan, kaufen und verkaufen Sie nicht nur Krypto, geben Sie es aus. Denn somit ist man in der Lage, die digitalen Assets jederzeit und überall aus zu versenden, auszugeben und eben auch zu verwalten. Denn Swiss Money ist eine Bank und eine Kryptobörse in einem. Und es ist eben eine Fintech-App, die sich auf genau das spezialisiert hat. Und zwar auf das Aus-Cashen bzw. auf das Bezahlen mit Kryptowährungen. Und wir sehen es ja auch hier, über 1,5 Milliarden Euro an Volumen wurden verarbeitet, über 210 Länder und Gebiete. Da ist das Ganze schon verfügbar. Und obwohl es noch ein recht frisches Unternehmen ist, sozusagen auch ein Pionier in dieser Arbeit. Hier haben wir auch schon 80.000 Benutzer und die Zahl wächst natürlich. Ich bin jetzt auf dem Swiss Money Account eingeloggt und was ich sehr gut finde, ist, wie einfach dieses komplizierte Thema hier behandelt wird. Und zwar haben wir hier die Currencies, also die Währungen. Wir haben hier Euro, wir können aber auch noch den US-Dollar, Great Britain Pound und weitere hinzufügen. Ansonsten haben wir hier auch die Möglichkeit, eine Kryptowallet zu eröffnen. Beispielsweise Bitcoin, USDC, Tron, Ethereum und USDT. Und ein riesen Vorteil, wir haben auch einen IBAN Account. Zu dem preislichen komme ich gleich nochmal, denn ihr bekommt einen fetten Rabatt mit meinem Link, aber die Gebühren am Ende. Wie ihr seht, normalerweise müssten wir hier noch die Zwei-Faktor-Authentifizierung machen. Das wollte ich mir eher aufheben für ein weiteres Video, wo ich die Plattform auch nochmal im Detail erkläre. Denn das soll hier nur zu einem kleinen Überblick dienen. Hier haben wir dann auch noch die Einstellungen. Und hier ist es auch sehr verständlich und auf den Punkt gebracht. Hier gibt es die allgemeine Information. Bei den Dokumenten findet man Informationen, sobald hier etwas benötigt wird. Zu den Fees findet man ebenfalls Informationen, und zwar erstens zur Payment Card, zu den IBAN Accounts und zu den digitalen Assets. Die werden wir aber gemeinsam ebenfalls auch nochmal aufschlüsseln. Ansonsten gibt es hier den Support-Bereich, wo man auch diesen kontaktieren kann. Aktuell dauert es etwas länger aufgrund einer hohen Nachfrage. Es sollte aber auch bald ein Live-Support geben, wo das Ganze natürlich dann nochmal etwas verbessert wird. Ansonsten hat man hier die Möglichkeit, die Hinweise ein- und auszustellen. Und in diesem Sicherheits-Tab unter Security gibt es die Möglichkeit, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung durchzuführen. Und so einfach ist es nämlich schon. Wir haben hier die Möglichkeit, Euro-Einzahlungen zu tätigen, indem wir auf das Plus, auf das Top-Up klicken. Und dann sehen wir auch schon, wir haben verschiedene Möglichkeiten. SEPA-Einzahlungen mit einer Payment Card oder mit Online-Banking. Und wir können ebenfalls das Geld auch transferieren zu unserer europäischen Bank oder zu einem anderen Swiss-Money-Konto. Und wie gesagt, das geht mit verschiedenen Währungen. Und das gleiche Spiel auch nochmal mit den Kryptowährungen. Hier sehen wir, die Auswahl ist nicht allzu groß. Aber ich würde Swiss-Money auch nicht als Börse verwenden. Für diejenigen, denen diese Kryptowährungen reichen, da kann man das Ganze natürlich auch verwenden. Aber Swiss-Money hat für mich eben genau diesen Use-Case, dass man sich diese Kopfschmerzen bei einer Banküberweisung spart. Und von daher reichen einem genau diese Einzahlungsmöglichkeiten eigentlich auch dicke. Ja, aber dieser Haupt-Use-Case hat es eben in sich, weil wir eben die USDT beispielsweise von Maxi, von Bitwavo oder aber auch von Bitget direkt auf Swiss-Money übertragen können. Dann können wir das direkt in Euro umkonvertieren. Und wir können diese Währung dann auch auf unser Bankkonto überweisen. Oder beispielsweise, wir benutzen es für ganz normale alltägliche Dinge, da wir hier auch eine IBAN haben, beziehungsweise auch eine Payment-Card mit drin haben. Beispielsweise für ganz normale Einkäufe oder aber auch zum Shoppen, möglicherweise aber auch, um sich größere Dinge finanzieren zu können. Beispielsweise ein Auto oder eine Immobilie. Das heißt, die Möglichkeiten sind hier wirklich grenzenlos. Und das ist etwas, was eigentlich jeder Kryptoinvestor brauchte, aber nicht wusste, dass er es brauchte. Und genau da sehe ich eben den Haupt-Use-Case von Swiss-Money. Denn wir können diese Probleme, wie gesagt, umgehen, da Swiss-Money eine Bankenlizenz hat und keine reine Kryptofirma ist. Genau deswegen werden diese Zahlungen im Gegensatz zu den Kryptobörsen auch von jeder Bank problemlos angenommen. Da du, wie gesagt, eine eigene IBAN hast und man hier auch deinen Namen sehen kann. Und dass Swiss-Money sich auf genau diesen Punkt fokussiert hat, werden hier auch keine Nachweise gefordert, wenn du es von einer Kryptobörse zu Swiss-Money überweist. Hier gibt es zwar auch ein Limit, das liegt bei den 15.000 Euro pro Jahr, aber das kann man auch ohne Probleme erweitern. Das würde ich im nächsten Video zeigen. Das heißt, falls ihr Fragen zu Swiss-Money habt oder wie man das Ganze am besten verwendet, dann schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Denn ich werde auf jede einzelne Frage versuchen auch zu antworten. Und wenn eine Frage öfter gestellt wird, dann werde ich das auch in dem nächsten Video weiter thematisieren und da eben auch beantworten. Was ebenfalls Swiss-Money spricht, ist, dass wir hier keine monatlichen Gebühren haben oder aber auch keine versteckten Gebühren haben. Denn man bezahlt nur das, was man auch wirklich nutzt. Aber das sehen wir auch in der Gebührentabelle. Und wie gesagt, dass man keine Ausgabenlimits hat, denn wenn man die Nachweise erbringt, erhöht sich das und dann liefert das eben auch keine weiteren Probleme. Wichtig, die Regulation spielt auch hier eine wichtige Rolle. Es ist keine shady Plattform, wo man irgendwie versucht, jede einzelne Sicherheitslinie zu umgehen oder zu überbrücken. Nein, wir sind hier auf der sicheren Seite. Beispielsweise ist deswegen auch diese Zwei-Faktor-Authentifizierung wichtig. Deswegen ist aber auch ein KYC notwendig. Also Know-Your-Customer-Verfahren. Das kennen wir aber von so gut wie jeder Börse. Wir müssen es beispielsweise auch bei Kryptobörsen wie BitCat oder aber auch bei Maxi machen. Aber natürlich auch bei den EU-regulierten Börsen. Das heißt, das ist auch nichts Neues. Aber da Swiss Money Event ihren Sitz in der Schweiz hat, haben wir nicht das Problem von diesen extrem krassen EU-Regulierungen. Beziehungsweise haben wir nicht diese maßlosen Anforderungen. Bei Swiss Money bekommen wir eine EU-Iban von Litauen. Und wir haben auch die Möglichkeit, diese Karten direkt als Google Wallet oder als Apple Wallet mit in unser Handy zu integrieren. Und Swiss Money selbstverständlich auch als App verfügbar. So, jetzt kommen wir mal zu den Gebühren. Weil wir sehen beispielsweise, dass eine Iban 100 Euro kostet. Das ist eine recht brachiale Summe. Und genau deswegen kann ich mit Stolz verkünden, dass ihr mit meinem Link unten in der Videobeschreibung, es ist ein Rev-Link, das heißt, ihr unterstützt somit auch meinen Kanal und meine Arbeit. Aber ihr bekommt damit auch einen Discount von 75%. Das heißt, ihr müsst nur noch für die Iban 25 Euro bezahlen. Und mit meinem Link ebenfalls bekommt ihr auch einen Anmeldebonus von 25 USDT. Das bedeutet, man bekommt das Geld so gut wie wieder rein. Und die Iban ist geschenkt, die normalerweise 100 Euro kostet. Das war mir persönlich sehr wichtig, dass es für jede einzelne Person auch möglich ist, sich diese Iban zu beantragen. Dennoch muss gesagt sein, wenn man ein Risikoprofil hat, das heißt, dass man vielleicht irgendwie eine schwierige Vergangenheit hatte, dann kann das Ganze natürlich auch etwas teurer werden. Das ist vorab gesagt, damit ihr da auch Bescheid wisst. Aber ansonsten wollte ich hier wirklich eine Möglichkeit für alle bieten. Und wenn man sich mit den Gebühren etwas mehr auseinandersetzen möchte, dann kann man hier auf Settings gehen und dann hier zu Fees. Dann haben wir die Möglichkeit, die verschiedenen Segmente auszuklappen. Beispielsweise Payment Card oder hier in Bezug auf die Iban. Und hier seht ihr auch nochmal die Konditionen, die ihr mit meinem Link habt. Da sehen wir nämlich, wir haben keine Registrationsfee. Die Iban, die kostet 25 Euro. Und wenn du auf deinen SEPA-Account überweist, dann kostet das 1 Euro. Und wenn du von diesem SEPA-Account überweist, dann kostet es auch Minimum 1 Euro. Aber es fällt generell eine Gebühr von 0,25 Prozent an, was vollkommen okay ist. Das bezieht sich auf SEPA. Bei SWIFT ist es ganz etwas teurer. Da wurde es auf 30 Euro angehoben. Und ebenfalls hier, wenn du von dem SWIFT-Account irgendwo zu einem anderen SWIFT-Account überweist, dann kostet das ebenfalls 30 Euro Minimum und eben 1 Prozent. Die Währungseinzahlungen auf die Karte kosten 4 Prozent. Und wie gesagt, wir haben hier keine versteckten Kosten und keine monatlichen oder jährlichen Zahlungen. Wenn du Währungen umzahlst, kommen hier ebenfalls nochmal 1 Prozent bei der Gebühr mit hinzu. Ansonsten sind Top-Ups mit USCT, also wenn du da weiter einzahlst, diese sind kostenlos geworden. Am billigsten ist hier TRX, also TRON. Das können wir hier bei den Crypto-Services genauer nochmal nachschauen. Das heißt, pausiert das Video gerne, falls ihr euch das nochmal genauer durchlesen möchtet. Und ansonsten könnt ihr für 1 Euro eure gesamten Funds auf ein Bankkonto ausbezahlen. Insofern das Volumen natürlich nicht die 1 Million Euro übersteigt. Und wenn ihr euer Geld auf ein weiteres Swiss Money-Konto überweist, also zu anderen Personen, dann ist das Ganze sogar kostenfrei. Und somit das Fazit, ich bin wirklich überzeugt von diesem Projekt. Ich finde, die Gebühren sind fair für das, was sie leisten. Ich meine, es ist ja wie gesagt keine Kryptobörse, wo wir 100 verschiedene Kryptowährungen einkaufen. Es gibt keine versteckten Kosten, sondern wir bezahlen nur, falls wir auch diesen Service wirklich nutzen. Und die größte Kritik, die ich so auffinden konnte, sind die teuren IBANs gewesen. Aber da das mit dem Link obsolet wird, finde ich das eigentlich ganz okay. Wichtig ist aber auch noch zu sagen, dass Swiss Money, auch wenn sie den Sitz nicht in der EU haben, sondern in der Schweiz und da auch lizenziert sind, das ist trotzdem keine Möglichkeit, um Steuern zu hinterziehen. Das sollte man auf gar keinen Fall dafür verwenden, denn wie gesagt, es ist einfach nur ein anderer Use Case. Und zwar, man verwendet es dafür, um keine Probleme bei der Börse zur Bankauszahlung zu haben. Um das Steuerliche, da braucht man meines Erachtens nach trotzdem Cointracking. Und man sollte trotzdem, auch wenn man sich damit diese gesamten Kopfschmerzen eines Mittelherkunftsnachweises, wahrscheinlich denen auch entgehen kann, braucht man meiner Meinung nach trotzdem auch das Steuerliche mit Cointracking. Und wie gesagt, falls ihr wollt, dass ich auf ein Thema nochmal etwas genauer drauf eingehe, dann schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Somit kann ich mir die Punkte sammeln und ein großes FAQ zu dem Thema machen. Und ich weiß, besonders als Neuling kann das etwas stressig sein, denn vieles ist wie gesagt Neuland und man muss sich mit so vielen Dingen auseinandersetzen. Aber ich finde es trotzdem extrem wichtig, dass man sich mit solchen Sachen im Vorhinein auch beschäftigt. Glaubt mir, ihr wollt nicht erst anfangen, wenn die Zeit drängt und ihr beispielsweise am liebsten innerhalb von zwei Tagen euch eine Immobilie mit dem Gewinn finanzieren wollt oder eure Kryptogewinne auscashen wollt für Steuernachzahlen oder für sonst was. Deswegen sollte man sich hier wie gesagt vorbereiten. Und der Vorteil ist, dass wir uns aktuell wieder in einer recht ruhigen Marktphase befinden, in einer langweiligen Marktphase, deswegen kann man die Zeit hier auch optimal nutzen. Und somit fühlt man sich eben auch wie ein Einserschüler oder ein Einserstudent, der einen Tag vor den Prüfungen oder einen Tag vor dem Test gar keine Probleme mehr hat. Währenddessen die anderen noch krampfhaft fünf Minuten vor dem Test oder vor der Prüfung noch versuchen irgendwie Bulimie lernen zu betreiben. Und die letzte Information, ihr müsst natürlich nicht meinen Link verwenden. Ihr könnt das Ganze auch einfach so nutzen, wenn ihr von dem Service überzeugt seid und mir diese 5 Euro Provision beispielsweise nicht gönnen möchtet, dann muss ich euch aber auch sagen, dass ihr für die IBAN beispielsweise 100 Euro bezahlen müsst und euch auch einige Bonis entgehen. Ansonsten war es das von meinem Part und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall bis zum nächsten Video und bis dahin. Peace out. Peace out. Peace out. Vielen Dank.